Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest, nichts für Layern, anzunehmen bei Arcanistin Faltreus in Azuna, an dieser Position, hier sieht man auch die Koordinaten, wie man sieht bin ich hier in einer Hölle, einen Gang dazu zeige ich euch sofort, da ich nicht weiß wie das Ende der Quest ausgeht. Hier ist es, in diesem Gebüsch, nochmal Map, mit Koordinaten, und wenn ihr hinein wollt, müsst ihr einfach hier in dieses Loch fallen, dann seid ihr wieder drin. Nehmt also die Quest gleich mal an, und nun darf ich hier helfen, der Arcanistin Faltreus. Hier kann ich den Fluss steuern, wenn ihr euch an einer Laylinie zu schaffen macht, wählt wenigstens den richtigen Punkt, ein wenig weiter rechts. Ich mache mich nicht daran zu schaffen, ich zapfe. Hm, ich denke, hier könnte es gehen. Okay, nun darf ich hier dieses Item auf dem Boden anklicken. Map aufmachen bringt leider nichts, da die Hölle keine eigene Karte hat, aber man sieht es deutlich. Klicke diese Laylinien Ableiter mit der rechten Maustaste an, und jetzt soll ich hier folgern. Hier ist noch ein Laylinien Anzapfer, oder? So heißt es, oder? Moment. Laylinien Anzapfer, nicht Anzapfer, Entschuldigung. Wenn aber die ganze Höhle vor Arcaner Energie explodiert, geht das auf eure Kappe? Ja, wieder folgern. Mit dieser letzten Zapfstelle hängt den Energikuss steuern wie ein Schiff mit einem Ruder. Hier ungefähr sollte es passen. Das könnt ihr? Vielleicht wisst ihr doch das ein oder andere. Meine Güte, war das ein Kompliment? Wieder mit der rechten Maustaste anklicken. Und nun darf man die Quest bei Arcanist in Falt Voice abgeben. In Azuna, an dieser Position. Hier sieht man auch die Koordinaten. Eingang zu dieser Höhle habe ich euch ja am Anfang des Videos gezeigt. Hoff, ich konnte euch helfen. Ciao.